In diesem heimtückischen Hafen gibt es genau eine Regel. Nimm dir, was du in die Finger kriegst. Willkommen in Bilgewasser! Piraten plündern alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Schwindler und Schurken planen schon den nächsten Coup. Jahrhunderte alte Schätze gegen Bares. Monster der Tiefsee verschlingen Schiffe wie aus dem Nichts. Einige nennen es Anarchie, andere Gelegenheit. Noch ein Marvolio Mysterium! Was ist das Leben schon ohne Risiko? Fortuna liebt die Mutigen. Ich bin eine von den Guten. Zumindest manchmal. Bilgewasser bietet dir viele Möglichkeiten, deinen Gegner zu überraschen und seine Pläne zu versenken. Du bombardierst ihn mit Angriffen, bis ihm die Puste ausgeht. Verletzliche Ziele sind die leichteste Beute. Ich mache keinen Ärger. Ich beende ihn. Sobald du sie im Visier hast, schnappst du sie dir und schaltest sie aus. Spiele offensiv und schlage bei der ersten Gelegenheit zu. Greife zuerst den Nexus an, um Gegner zu plündern und Belohnungen für Verbündete zu holen. Schließt du eine Wette ab, geh aufs Ganze. Vielleicht jagst du so den Gegner in die Luft und verursachst dabei Kollateralschaden am Nexus. Es lädt mit Feuer! Auf was du dich auch einlässt, es gibt einen Champion für deine Crew. Man kann doch immer gewinnen. Alle werden ertrinken! Kapitän Fortune, bitte! Hab immer einen Trumpf in der Hand und zeige, dass du mit allen Wassern gewaschen bist. Sprengt sie in die Tiefen! Es gibt noch weitere Regionen zu erkunden und die richtige Allianz macht den Unterschied. Noch nie ein faires Spiel verloren oder gespielt. Entdecke jetzt den Rest von Runeterra. Werder, wir kommen alle nur noch mehr. Werder, wir kommen alle nur noch mehr. Man kann doch Camp aus brewer aisleen. Vielen Dank.